Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vergangene Woche titelte das Abendblatt Inklusion überfordert viele Schulen. Damit verdichtet sich unsere Befürchtung zur allgemeinen Erkenntnis. Schulleiter, Lehrer, Eltern, Schüler in der ganzen Stadt sagen, die Mangelinklusion des Schulsenators Rabe ist gescheitert, vor allem an den Stadtteilschulen, meine Damen und Herren. Stadtteilschulen, ja, Sie haben mich korrigiert, sehr schön. Sie bringt so das ganze Zwei-Säulen-Modell in die Gefahr des Scheiterns. Diese Krise hat allerdings mehrere Ursachen und wir machen es da nicht so ganz einfach. CDU und Grüne, die hier heute Krokodils drehen über die Probleme vergießen, haben den Grundstein dafür gelegt, meine Damen und Herren. Unter ihrer Führung wurde das Schulgesetz um § 12 ergänzt. Schüler mit Behinderung und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben so Wahlfreiheit zwischen einer Förderschule und einer allgemeinbildenden Schule erhalten. Nur hat niemand von Ihnen Vorsorge dafür getroffen, dass dieses Wahlrecht breit in Anspruch genommen werden kann. Unterausgestattet und überfordert wurden vor allem die Stadtteilschulen in diesem Prozess alleingelassen. Und Sie, Herr Senator Rabe, haben daran in drei Jahren Amtsführung nichts verändert. Unterausgestattet, allein gelassen und nun auch noch bei der Anmelderrunde zunehmend abgemeldet. Das ist die verheerende Bilanz Ihrer Politik, Herr Senator Rabe. Und Sie scheitern dabei nicht nur an der Realität, wie es Frau von Berg gesagt hat, sondern Sie missdeuten auch die UN-Behindertenrechtskonvention. Dort heißt es, dass die Schüler mit Behinderung ein Recht auf ein inklusives Schulsystem haben. Ein Recht, keine Pflicht. Und genau das, eine Pflicht, haben Sie de facto jedoch daraus gemacht. Die Förderschulen werden geschlossen, zusammengelegt und insgesamt vernachlässigt. Die Schüler müssen weite Wege auf sich nehmen, um dann in schlecht ausgestatteten regionalen Bildungs- und Beratungszentren beschult zu werden, meine Damen und Herren. Das aber verlangt überhaupt keine UN-Kinderrechts- oder UN-Konvention. Im Gegenteil, sie weist darauf hin, dass es weiterhin gesonderte Einrichtungen für Kinder mit Behinderung geben kann, wenn sie gebraucht werden. Das aber hat schon Schwarz-Grün in seiner Art Tugendgetriebenheit übersehen. Und die SPD tut aus Einsparpotenzial genau das Gleiche. Und sie setzten noch eins drauf durch die Vernachlässigung der Stadtteilschule. Auch das begann unter Schwarz-Grün mit der fehlgeleiteten Fixierung auf die Primarschule. Das setzt sich fort. Ressourcen und Kinderzahlen passen überhaupt nicht zusammen. Die Zahl der Kinder ist an manchen Schulen mehr als dreimal so hoch wie von der Behörde angenommen. Ihre Reaktion darauf ist an Ignoranz kaum zu überbieten. Schuld haben natürlich die Schulen. Sie zählen falsch. Die Diagnosemaßstäbe hätten sich verschoben. Herr Senator Rabe, Sie lassen die Schulen nicht nur mit Ihren Problemen allein, Sie verhöhnen sie dann auch noch, meine Damen und Herren. Ihre misslungene Ressourcenverteilung führt dazu, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit Welten liegen. Meine Damen und Herren, zum Scheitern vor Urteil ist auch die Rolle rückwärts, die die CDU hier jetzt vorschlägt. Ihre Leuchtturmschulen sind nichts weiter als die IR-Klassen von früher Kollegin Prien. Stattdessen brauchen wir dringend wieder die Einzelfalldiagnostik. Sie wird von Schulleitern, Lehrern und Sonderpädagogen verlangt. Die FDP hatte sie im Herbst beantragt. Aber Senator Rabe und die SPD verweigern sich, man könnte fast denken absichtlich. Als wollten sie die Krise der Inklusion und der Stadtteilschule gar nicht lösen, als wollten sie alles noch schlimmer werden lassen, bis die Einheitsschule als Ergebnis aus den Trümmern von Stadtteilschulen und Gymnasien entsteht. Meine Damen und Herren, dieses politische Versagen muss Einhalt geboten werden. Lehrer, Eltern und vor allem Schüler erwarten dies. Nehmen Sie die immer lauten werdenden Proteste endlich ernst. Führen Sie die Einzelfalldiagnostik und die fallgerechte Finanzierung ein, bevor Inklusion zum Schimpfwort zu hören. Haben Sie die Einzelfall, die in den Kontokern geschlägen wurde.